Kapitel 69, Diotima und Ulrich, Fortsetzung Und vornehmlich war es Diotima, die dieses Gefühl, dass die Oberfläche und die Tiefe seiner Lebensgestalt nicht eins seien, auf eine neue Weise in ihm bestärkte. Auf den Fahrten mit ihr, die zuweilen wie Fahrten durch den Mondschein waren, wo sich die Schönheit dieser jungen Frau von ihrer ganzen Person löste und wie ein Traumgespinst für Augenblicke seine Augen bedeckte, kam es deutlich zum Ausbruch. Er wusste wohl, dass Diotima alles, was er sagte, mit dem verglich, was allgemein, wenn auch auf einer gewissen Höhe der Allgemeinheit, gesagt wird, und es war ihm angenehm, dass sie es unreif fand, sodass er beständig wie vor einem verkehrt auf ihn gerichteten Fernglas dasaß. Er wurde immer kleiner und glaubte, wenn er mit ihr sprach, oder war wenigstens nicht weit davon, es zu glauben, in seinen eigenen Worten, wenn er den Anwalt des Bösen und Nüchternen machte, die Gespräche seiner letzten Schulzeit zu hören, wo er mit seinen Kameraden just deshalb von allen Übeltätern und Unholden der Weltgeschichte geschwärmt hatte, weil sie von den Lehrern mit idealistischem Abscheu so bezeichnet wurden. Und wenn ihn Diotima mit Unwillen ansah, wurde er noch einmal kleiner und langte von der Moral des Heroismus und Expansionsdrangs bei der trotzig Verlogenen, roh und unsicher Ausschweifenden der Flegeljahre an. Natürlich nur sehr bildlich gesprochen, wie man in einer Gebärde einem Wort eine entfernte Ähnlichkeit mit Gebärden oder Worten entdecken kann, die man längst abgelegt hat. Ja, sogar mit Gebärden, die man nur geträumt oder unwillig an anderen gesehen hat. Aber immerhin, in seiner Lust bei Diotima Anstoß zu erregen, klang das mit. Der Geist dieser Frau, die ohne ihren Geist so schön gewesen wäre, erregte ein unmenschliches Gefühl, vielleicht eine Furcht vor Geist in ihm, eine Abneigung gegen alle großen Dinge, ein Gefühl, das ganz schwach, kaum unterscheidbar war. Und vielleicht war schon Gefühl ein viel zu anspruchsvoller Ausdruck für solchen hingeblasenen Hauch. Aber wenn man es in Worte vergrößerte, hätten die etwa so lauten müssen, dass er zuweilen nicht bloß den Idealismus dieser Frau, sondern den ganzen Idealismus der Welt in seiner Verzweigtheit und Ausbreitung körperlich vor sich sah. Eine Handbreit über dem griechischen Scheitel schwebend, gerade, dass es nicht des Teufels Hörner waren. Dann wurde er noch einmal kleiner und kehrte, weiter bildlich gesprochen, in die leidenschaftliche erste Moral der Kindheit zurück, in deren Auge Verlockung und Schreck ist, wie im Blick einer Gazelle. Die zärtlichen Empfindungen dieser Zeit können in einem einzigen Augenblick der Hingabe die ganze, da noch kleine Welt entflammen. Denn sie haben weder einen Zweck noch eine Möglichkeit, irgendetwas zu bewirken und sind ganz und gar grenzenloses Feuer. Es passte schlecht zu Ulrich. Aber nach diesen Gefühlen der Kindheit, die er sich kaum noch vorstellen konnte, weil sie ihn mit den Bedingungen, unter denen ein Erwachsener lebt, so wenig mehr gemein haben, sehnte er sich schließlich in Gesellschaft Diotimas. Und einmal fehlte nicht viel daran, dass er es ihr eingestanden hätte. Sie hatten auf einer Fahrt den Wagen verlassen und gingen zu Fuß in ein kleines Tal hinein, das wie eine Flussmündung aus Wiesen mit bewaldeten Steilufern war und ein krumes Dreieck bildete, in dessen Mitte ein geschlängelter, von leichtem Frost erstarrter Bach lag. Die Hänge waren teilweise abgeholzt mit einzelnen stehengelassenen Bäumen, die auf den Kahlschlägen und Hügelkämmen wie eingepflanzte Federwimpel aussahen. Diese Landschaft hatte sie zum Gehen verlockt. Es war einer jener rührenden, schneefreien Tage, die mitten im Winter wie ein verblasstes, aus der Mode gekommenes Sommerkleid anzusehen sind. Diotima fragte plötzlich ihren Vetter, »Warum nennt sie Arnheim eigentlich einen Aktivisten?« Er sagt, sie hätten immer den Kopf voll davon, wie die Dinge anders und besser zu machen wären. Sie hatte sich mit einem Mal erinnert, dass ihr Gespräch mit Arnheim über Ulrich und den General geendet hatte, ohne einen Abschluss zu finden. »Ich verstehe das nicht«, fuhr sie fort. »Denn mir kommt vor, dass Sie selten etwas ernst meinen. Aber ich muss Sie fragen, da wir eine verantwortungsvolle Aufgabe gemeinsam haben. Erinnern Sie sich noch an unser letztes Gespräch? Sie haben da etwas gesagt. Sie haben behauptet, niemand würde, wenn er alle Macht hätte, das verwirklichen, was er will. Ich möchte jetzt wissen, wie Sie das gemeint haben. War denn das nicht ein entsetzlicher Gedanke?« Ulrich schwieg zunächst. Und während dieser Stille, nachdem sie ihre Rede so keck wie möglich vorgebracht hatte, wurde ihr klar, wie lebhaft sie die unerlaubte Frage beschäftigte, ob Arnheim und sie das verwirklichen würden, was sie jeder im Geheimen wollten. Sie glaubte plötzlich, dass sie sich vor Ulrich verraten habe. Sie wurde rot, suchte es zu verhindern, wurde noch röter und trachtete mit möglichst unbeteiligtem Ausdruck über das Tal, von ihm vorzublicken. Ulrich hatte den Vorgang beobachtet. »Ich fürchte sehr, dass der einzige Grund, warum mich Arnheim, wie Sie sagen, einen Aktivisten nennt, der ist, dass er meinen Einfluss im Hause Tutsi überschätzt,« erwiderte er. »Sie wissen selbst, wie wenig Sie auf meine Worte geben. Aber in dem Augenblick jetzt, wo Sie mich gefragt haben, ist mir klar geworden, welchen Einfluss ich auf Sie haben sollte. Darf ich es Ihnen sagen, ohne dass Sie mich sofort wieder tadeln?« Diotima nickte stumm, zum Zeichen des Einverständnisses, und suchte sich hinter dem Anschein der Zerstreutheit wieder zu sammeln. »Ich habe also behauptet,« begann Ulrich, »niemand würde, auch wenn er könnte, verwirklichen, was er will. Erinnern Sie sich an unsere Mappen voll Vorschläge? Und nun frage ich Sie, würde irgendeiner nicht in Verlegenheit geraten, wenn plötzlich das geschehen sollte, was er sein Leben lang leidenschaftlich gefordert hat? Wenn zum Beispiel plötzlich über die Katholiken das Gottesreich hereinbreche? Oder über die Sozialisten der Zukunftsstaat? Aber vielleicht beweist das nichts. Man gewöhnt sich an das Fordern und ist nicht gleich darauf gefasst, ans Verwirklichen zu kommen. Vielleicht werden das viele in den Muhr natürlich finden. Ich frage also weiter. Ohne Zweifel hält ein Musiker die Musik für das Wichtigste und ein Maler das Malen, wahrscheinlich sogar ein Betonfachmann das Bauen von Betonhäusern. Glauben Sie, dass der eine sich darum den lieben Gott als einen Spezialfachmann für Eisenbeton vorstellen wird und die anderen eine gemalte oder auf dem Flügelhorn geblasene Welt der Wirklichen vorziehen? Sie werden diese Frage für unsinnig halten, aber der ganze Ernst liegt darin, dass man doch dieses Unsinnige verlangen müsste. Und jetzt glauben Sie bitte nicht, wandte er sich ihr vollkommen ernst zu, dass ich damit nichts anderes sagen will, als dass jeden das schwer zu verwirklichen reizt und dass er das verschmäht, was er wirklich haben kann. Ich will sagen, dass in der Wirklichkeit ein unsinniges Verlangen nach Unwirklichkeit steckt. Er hatte Diotima weit in das kleine Tal hineingeführt, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen. Der Boden war vielleicht durch Schnee, der von den Hängen absickerte. Je höher hinauf, desto Nässer geworden und sie mussten von einem der kleinen Graspolster auf den Nächsten hüpfen, was die Rede gliederte und es Ulrich ermöglichte, sie immer wieder sprunghaft fortzusetzen. Es gab darum auch so viele naheliegende Einwände gegen das, was er sagte, dass Diotima sich für keinen entscheiden konnte. Sie hatte sich die Füße nass gemacht und blieb verführt und ängstlich mit etwas gehobenen Röcken auf einer Erdscholle stehen. Ulrich wandte sich zurück und lachte. Sie hatten etwas ungemein Gefährliches begonnen, große Cousine. Die Menschen sind unendlich froh, wenn man sie so lässt, dass sie ihre Ideen nicht verwirklichen können. Und was würden denn sie tun, fragte Diotima ärgerlich, wenn sie einen Tag lang das Weltregiment hätten? Es würde mir wohl nichts übrig bleiben, als die Wirklichkeit abzuschaffen. Ich würde wirklich wissen wollen, wie sie das anfingen. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht einmal genau, was ich damit meine. Wir überschätzen maßlos das Gegenwärtige, das Gefühl der Gegenwart, das, was da ist. Ich meine, so wie sie jetzt mit mir in diesem Tale da sind, als ob man uns in einen Korb gesteckt hätte und der Deckel des Augenblicks ist darauf gefallen. Wir überschätzen das. Wir werden es uns merken. Wir werden vielleicht noch nach einem Jahr erzählen können, wie wir da gestanden haben. Aber das, was uns wahrhaft bewegt, mich wenigstens, steht, vorsichtig gesprochen, ich will keine Erklärung und keinen Namen dafür suchen, immer in einem gewissen Gegensatz zu dieser Weise des Erlebens. Es ist verdrängt von Gegenwart. Das kann in dieser Weise nicht gegenwärtig werden. Was Ulrich da sagte, klang in der Talenge laut und verworren. Diotima fühlte sich mit einem Mal unheimlich und trachtete zum Wagen zurück. Aber Ulrich hielt sie auf und zeigte ihr die Landschaft. Das war vor etlichen tausend Jahren ein Gletscher. Auch die Welt ist nicht mit ganzer Seele das, was sie augenblicklich zu sein vorgibt, erklärte er. Dieses rundliche Wesen hat einen hysterischen Charakter. Heute spielt es die näherende, bürgerliche Mutter. Damals war die Welt frigid und eisig wie ein bösartiges Mädchen. Und noch einige tausend Jahre früher hat sie sich mit heißen, farren Wäldern, glühenden Sümpfen und dämonischen Tieren üppig aufgeführt. Man kann nicht sagen, dass sie eine Entwicklung zur Vollkommenheit durchgemacht hat, noch was ihr wahrer Zustand ist. Und das Gleiche gilt von ihrer Tochter, der Menschheit. Stellen Sie sich bloß die Kleider vor, in denen im Laufe der Zeit Menschen hier gestanden haben, wo wir jetzt stehen. In Begriffen eines Narrenhauses ausgedrückt, gleicht das alles lang andauernden Zwangsvorstellungen mit plötzlich einsetzender Ideenflucht, nach deren Ablauf eine neue Lebensvorstellung da ist. Sie sehen also wohl, die Wirklichkeit schafft sich selbst ab. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen, fing Ulrich nach einer Weile von vorne an. Das Gefühl, einen festen Boden unter den Füßen und eine feste Haut, um mich zu haben, das den meisten Menschen so natürlich erscheint, ist bei mir nicht sehr stark entwickelt. Denken Sie doch einmal daran, wie Sie ein Kind waren. Ganz weiche Glut und dann ein Backfisch, dem die Sehnsucht auf den Lippen brannte. In mir wenigstens lehnt sich etwas dagegen auf, dass das sogenannte reife Mannesalter der Gipfel solcher Entwicklung sein soll. In gewissem Sinn ja und in gewissem Sinn nicht. Wenn ich die libellenartige Mürmeleonina, die Ameisenjungfer, wäre, würde mir furchtbar davor grauen, dass ich ein Jahr vorher der breite, graue, rückwärtslaufende Mürmeleon, der Ameisenlöwe war, der am Rand der Wälder eingegraben unter der Spitze eines Sandtrichters lebt und mit seiner unsichtbaren Zange Ameisen um die Taille fasst, nachdem er sie vorher durch eine geheimnisvolle Beschießung mit Sandkörnern erschöpft hat. Und zuweilen graut mir wirklich ganz ähnlich vor meiner Jugend, auch wenn ich damals eine Libelle gewesen und jetzt ein Untier sein sollte. Er wusste selbst nicht recht, was er wollte. Er hatte mit Mürmeleon und Mürmeleonina ein wenig die gebildete Allwissenheit Arnheims nachgeäfft. Er hatte es aber auf den Lippen zu sagen, schenken Sie mir eine Umarmung, rein aus Liebenswürdigkeit. Wir sind verwandt, nicht ganz getrennt, keineswegs ganz eins, jedenfalls der äußerste Gegensatz zu einer würdigen und strengen Beziehung. Aber Ulrich irrte. Die Utima gehörte zu den Menschen, die mit sich zufrieden sind und darum ihre Altersstufen wie eine Treppe ansehen, die von unten nach oben führt. Was Ulrich sagte, war ihr also gänzlich unverständlich, zumal, da sie ja das nicht wusste, was zu sagen er unterlassen hatte. Aber sie waren mittlerweile beim Wagen angelangt, sodass sie sich ruhig fühlte und nun seine Rede wieder als das ihr Bekannte zwischen Unterhaltung und Ärgernis schwankende Gerede hinnahm, dem sie nicht mehr als einen Augenwinkel schenkte. Er hatte in Wahrheit in diesem Augenblick ganz und gar keinen Einfluss auf sie, außer dem der Ernüchterung. Eine zarte Wolke von Befangenheit, aufgestiegen aus irgendeinem Winkel ihres Herzens, hatte sich in trockene Leere aufgelöst. Vielleicht zum ersten Mal erblickte sie hart und klar die Tatsache, dass ihre Beziehungen zu Arnheim sie über kurz oder lang vor eine Entscheidung stellen mussten, die ihr ganzes Leben verändern konnte. Man hätte nicht sagen können, dass sie das jetzt glücklich machte, aber es hatte die Schwere eines wirklich dastehenden Gebirges. Eine Schwäche war vorbei. Jenes Nicht-Tun-Was-Man-Möchte hatte für einen Augenblick einen ganz unsinnigen Glanz gehabt, den sie nicht mehr begriff. Arnheim ist ganz und gar das Gegenteil von mir. Er überschätzt das Glück, das Zeit und Raum haben, wenn sie mit ihm zum gegenwärtigen Augenblick zusammentreffen beständig, seufzte Ulrich lächelnd, in dem ordentlichen Bedürfnis, was er geäußert hatte, zu einem Ende zu führen. Aber von der Kindheit sprach auch er nicht mehr. Und so kam es nicht dazu, dass ihn Diotima als gefühlvoll kennenlernte. Diotima 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 Diotima